Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos dir gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Schreibt mir gerne auch Video-Vorschläge in die Kommentare, dann werde ich dir auch versuchen umzusetzen und jetzt schauen wir uns mal den Item-Shop an. Wir haben heute das kryptische Fluch-Paket wieder drin. Man hat einen Skin-Stil am Anfang und man kann eben halt drei weitere Stile wieder freischalten und das Ganze durch die Challenges, die dazu geliefert werden, finde ich ganz cool auf jeden Fall. Und in diesem Paket hat man auch nicht nur einen Skin, also es ist hier ein blauer Skin, der 1200 V-Vox kosten würde und eine Spitzhacke, die glaube ich normalerweise 500 oder 800 V-Vox kosten würde. Das heißt man spart sich ein bisschen was und ich finde das Skin an sich sieht auch ziemlich cool aus, auch hier die ganzen anderen Varianten gefallen mir auf jeden Fall. Die Spitzhacke sieht auch ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir den Wolf-Käppchen-Skin von gestern noch, sieht auch ganz nice aus mit der großen bösen Axt. Dann als nächstes der Hemlock-Skin, ein Hexen-Skin, mit dem man sich während des Matches verwandeln kann, mit dem integrierten Emote, finde ich ziemlich cool. Man kann sich auf zurück verwandeln, muss dann im Game einfach nur diesen integrierten Emote anwenden, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Dann gibt es dazu die Hexologie-Hacke, ganz in Ordnung. Fax-Lackierung mag ich persönlich nicht ganz so gern. Dann gibt es noch den Delirium-Skin. Sieht ganz nett auf jeden Fall aus, mit den Hörnern und so. Und das Backpack ist auch immer etwas ganz anderes, gefällt mir auf jeden Fall. Und als letztes gibt es dann noch den Stab des Zauberbands. Ist auch etwas Besonderes, nicht so eine klassische Spitzhacken-Form, sondern einfach mal etwas Neueres. Gefällt mir auch. Dann habe ich hier den Großmaul-Skin. Ich finde diesen Skin wirklich mal etwas komplett anderes. Man muss natürlich so einen Skin mögen, aber so einen Skin gibt es eben halt in keiner anderen Variante irgendwie. Finde ich auf jeden Fall cool, dass es mal etwas komplett Neueres ist. Wie zum Beispiel hier der Wolfkäppchen-Skin ist ja dann doch eher schon wieder ein Re-Skin von einem anderen Skin. Ja, und hier ist es auf jeden Fall etwas Besonderes. Aber ich meine, im Spiel guckt man ihn auch nur von hinten an, dann ist es nicht ganz so schlimm, als würde man ihn die ganze Zeit von vorne anschauen. Finde ich aber trotzdem eigentlich ganz nice in Skin. Dann gibt es den Knirscher-Spitzhacken. Sieht ziemlich nice aus, wie ich finde. Hier mit den bewegenden Augen. Dann hier den ganzen Zehen. Sieht schon ziemlich fies aus. Und unten nicht auch nochmal die Zunge, die da rauskommt. Schauen. Dann die Verschlinger-Lackierung. Sieht auch ziemlich ekelhaft aus. Als nächstes haben wir die Zintkerzen-Künstlerin. Sieht ganz nice aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann Billy Bounce als Fortbewegung-Simon. Ist auf jeden Fall eine nice Musik. Dann die Taxifahrerin. Ist ja im Prinzip eine andere Version vom Boxen-Stop-Skin. Ja genau, vom Boxen-Stop-Skin. Sehen ja schon ziemlich, ziemlich ähnlich aus. Gibt eigentlich keinen wirklich großen Unterschied. Und finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass man da nicht einfach einen zweiten Stil gemacht hat. Klar ist es nur ein 800 V-Buck-Skin. Allerdings beim Brainiac-Skin wurde ja auch eine komplett neue Variante noch dazu gepackt. Und hier ist es nur eine andere Farbe. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum man sich so etwas dann doppelt kaufen sollte. Dann gibt es als nächstes die Sturmkönigs-Faust. Ist ganz nice. Tanz-Spagat. Ist in Ordnung. Wäre jetzt auch nicht mein Lieblings-Mode. Und als letztes noch der Humple Money Mode. Ist auch ganz in Ordnung. Das war es mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.